Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen hier wieder zu einem Reaction-Video zu Lilano, Freunde. Der Track ist irgendwann vorhin rausgekommen, ich weiß gar nicht mehr, um wie viel Uhr es jetzt genau war. Ja, jedenfalls hat er schon 8000 Aufrufe, hat 1,3k Daumen nach oben und 101 Daumen nach unten. Also eine ziemlich gute Bewertung, Freunde. Und ja, er heißt Lilano Exit und Official Audio wieder, leider wieder kein Musik-Video, ich denke mal die kommen, aber jetzt dann auch wieder bald, also Musik-Videos und so. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich auch schon richtig auf das Feature mit Hustensaft-Jüngling und mit YSL No-Plug, wird bestimmt richtig geil, denke ich mal. Und ja, würde ich mir auch wünschen, dass die irgendwie in Zukunft mehr machen, beziehungsweise Lilano mehr Features auch mit anderen macht. Auch wenn natürlich Trippy Boy, also die Features mit Trippy Boy richtig geil sind, finde ich, aber wenn er eben auch was mit anderen Rappern und so macht, finde ich, ist es auf jeden Fall ziemlich fresh und so. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht mehr lange hier rum, sondern gönnen uns hier mal den Track hier, let's go. Okay, cut the beat down. Cover ist auf jeden Fall auch wieder richtig nice hier. Ich will nicht mehr raus, doch mir egal, weil ich zu Flash bin. Schaudi will ein Bild von mir, doch ich will vorher Ass, please. Sie schickt mir ein Video, wo sie nackt ist und ein paar Sands nimmt. Sag mir, wo ist Exit? Guck, wir haben Flags mit. Cops sind in der Wohnung, bis sie merken, dass ich weg bin. Viele wollen snitchen, weil jeder von ihnen das Cash will. Rap-Game ist ein Song und YSL No-Plug macht die Ad-Lips. Sag mir, wo ist Exit? Bringe Sands mit auf die Party, macht ein Mädel drauf. Sie ist nicht mit Pferden, hat die Nägel bunt. Also bis jetzt ist der Track auf jeden Fall richtig, richtig nice geworden. So natürlich, klar, so wie die anderen halt auch, Freunde. Aber ja, auf jeden Fall einer meiner Favoriten bisher, neben Trip und Brokkoli plus Codein, kann ich ja nur wieder erwähnen, dass die auch richtig geil sind. Und ja, zu Trip haben wir ja letztes Mal hatte ich da ein Reaction-Video dazu gemacht, zum Audio, also nicht zum Musik-Video. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall auch gönnen. Die verlinke ich euch auch nochmal, die besten Tracks so. Und ja, ansonsten, das Newtaped kann ich euch ja auch nochmal verlinken. Und von Trippy Boy, der hat heute auch noch einen neuen Track rausgehauen. Den kann ich euch auch mal verlinken, beziehungsweise vielleicht mache ich dazu dann auch gleich noch ein Video, kommt drauf an. Ja, aber der Track hier ist auf jeden Fall richtig nice, muss man sagen. Kann man sich gut fühlen. Ich seh den Ausgang, doch ich will nicht wie im Edelpuff. Guck dich um, jede zweite hat hier E's im Mund. Lillano, und ich brauch keine Bestätigung. Talent, das einzige, wofür du beten musst. Lillano, 24, 7, schwere Lust. Wo ist Exit? Sag mir, wo ist Exit? Ich find nicht mehr raus, doch mir egal, weil ich zu Flash bin. Alle wollen mich brechen, doch ich habe kein Respekt mehr. Finger für den Sheriff, ich hab 100 Gramm im Back drin. Guck, wie es versteckt ist. Sag mir, wo ist Exit? Ich find nicht mehr raus, doch mir egal, weil ich zu Flash bin. Schaudi will ein Bild von mir, doch ich will vorher Aspice. Sie schickt mir ein Video, wo sie nackt ist und ein paar Sense nimmt. Sag mir, wo ist Exit? Der Flow ist die Rennigkeit auf dem... Hook ist auf jeden Fall auch richtig, richtig nice. Es ist halt so, was soll ich dazu so großartig sagen? Weil der Track ist halt einfach komplett richtig geil geworden. Und kann man sich richtig gut geben. Und ja, keine Ahnung, was ich noch so sagen soll. Der Flow ist wie wenn ich gerade auf dem Weg in Richtung Exit. Session mit der Gang und Ananas ist auf dem Esstisch. 24-7 auf den Drogen, ich vergesse mich. Wenn sich bei mir alle Farben mischen, bin ich Flash. Wenn ich dich nicht sehen kann, von da hinten bin ich Flash. Werden meine Pillen immer bunter, bin ich Flash. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich mal wusste, bin ich Flash. Kann ich gehen, ich bin Flash. Junge, anplan, wo ich bin. Ich war nie gut in diesem Erdkunde, aber ich bin sicher, dass ich nicht von diesem Stern komme. Und es sucht den Weg hier raus, damit ich endlich wegkomme. Wo ist Exit? Sag mir, wo ist Exit? Ich find nicht mehr raus, doch mir egal, weil ich zu Flash bin. Alle wollen mich brechen, doch ich habe kein Respekt mehr. Finger für den Sheriff, ich hab 100 Gramm im Back drin. Guck, wie es versteckt ist. Sag mir, wo ist Exit? Ich find nicht mehr raus, doch mir egal, weil ich zu Flash bin. Schaudi will ein Bild von mir, doch ich will vorher S-Pace. Sie schickt mir ein Video, wo sie nackt ist und passen es nimmt. Sag mir, wo ist Exit? Okay, so ne Bees. Sick einfach, so richtig geil geworden, Mann. Ja, wie gesagt, verlinke ich euch einfach nochmal hier die ganzen geilen Tracks unten. Und auch von Trippy Boy, wie gesagt, ob ich jetzt noch Video mach, so weiß ich nicht, weil eigentlich jetzt nicht mehr so die Riesenlust so dazu. Aber ja, mal gucken, ich verlinke es euch auf jeden Fall, gönnt es euch, Freunde. Ansonsten, Ananas ist der Squad, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ich bin der Erste, der jemals auf die Lilano-Musik reagiert hat. Und ja, die ganzen Pisser, die jetzt damit anfangen, sind halt eigentlich auch nur Spaß und alle. Aber ja, Freunde, wisst ihr, denke ich mal, auch alle so selbst Bescheid, so die hier schon mehr Videos geguckt haben, so Lilano und so. Und ja, auch Grüße an Lilano. Ich denke mal, du wirst das Video natürlich wieder sehen hier. Wie gesagt, richtig geil geworden. Und ja, bringt auf jeden Fall mehr Musikvideos, wäre auf jeden Fall nice. Das würde ich mir noch so wünschen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auf das YSL und Hustensaft-Jüngling-Feature freue ich mich auch schon richtig drauf. Da, denke ich mal, werde ich auf jeden Fall auch wieder ein Video dazu machen, weil wird bestimmt auch richtig nice. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Freunde. Bis dahin. Ciao. Der Flow ist wie wenn ich grad auf dem Wallen mit dem Chats geht. Der Flow ist wie wenn ich grad auf dem Weg bin. Ich doch exit, Session mit der G-Motor, Assis ist domestisch, 24,7 Uhr. Wo ist exit? Sag mir, wo ist exit? Ich find nicht mehr raus, doch mir egal, weil ich zu flash bin. Alle wollen mich brechen, doch ich habe kein Respekt mehr. Finger für den Sheriff, ich hab 100 Gramm im Back drin. Guck wie es versteckt ist, sag mir, wo ist exit? Ich find nicht mehr raus, doch mir egal, weil ich zu flash bin. Schaudi will ein Bild von mir, doch ich will vorher S-P-S. Sie schickt mir ein Video, wo sie nackt ist und ein paar Sands nimmt. Sag mir, wo ist exit?